Die FC Bayern hat beim Flirt mit Harry Kane keine Zugeständnisse gemacht und trifft am Donnerstag auf Vertreter von Tottenham Hotspur. Offensichtlich besteht Optimismus hinsichtlich des Abschlusses der Übertragung. Sky Sport will es wissen. Eine ungenannte Quelle, die an den Verhandlungen beteiligt war, teilte dem PTV-Sender mit, dass der FC Bayern zuversichtlich sei, Harry Kane innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen zu verpflichten. Kane scheint nicht käuflich zu sein. Am Donnerstagabend gab es übereinstimmende Berichte über ein geheimes Treffen zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und Tottenham Hotspur. Das Gespräch verlief gut, die Zahlen müssen jedoch noch besprochen werden. An dem Spurs-Boss Daniel Levy teilgenommen haben soll. Laut Sky Sport hat Levy jedoch angedeutet. dass Kane für einen bestimmten Betrag zum Verkauf stehen wird. Kostenloser Transfer als Alternative? Die FC Bayern wird den englischen Stürmer nicht um jeden Preis transferieren. Sollten die Verhandlungen scheitern, wird über einen ablösefreien Transfer im Sommer 2024 nachgedacht. Als Übergangslösung ist eine Leie von Julian Alvarez oder Dusan Vajovic im Gespräch. Niklas Füllkrug bleibt eine Option. Es bleibt abzuwarten, welcher Innenverteidiger das Ziel in der Allianz Arena verfolgen wird.